Es ist Freitag, der 25. Mai 2012. Maria Baumer und ihr Verlobter Christian F. verbringen den Abend vor dem Pfingstwochenende bei einer Grillfeier auf dem Reiterhof seiner Familie in Bernardswald. Abends fährt das Paar zurück nach Regensburg. Am Folgetag verschwindet Maria Baumer laut Aussage von Christian F., als er beim Joggen ist. Sie soll sich telefonisch gemeldet und um eine Auszeit gebeten haben. Am Dienstag, den 29. Mai 2012, meldet Christian F. die 26-jährige Maria Baumer bei der Polizei als vermisst. Oktober 2012. Barbara Baumer, die Zwillingsschwester und Christian F. treten in der Sendung Aktenzeichen XY auf. Christian F. zeigt das Handy von Maria und den Verlobungsring, den sie zurückgelassen habe. 8. September 2013. Pilzesammler finden die sterblichen Überreste von Maria Baumer im Forst in der Nähe von Bernardswald. 14. September 2013. Christian F. wird als dringend tatverdächtig in Untersuchungshaft genommen. 6. November 2013. Christian F. kommt nach einer Haftbeschwerde seines Anwalts wieder frei. 31. Dezember 2018. Die Ermittlungen gegen ihn im Mordfall Maria Baumer werden eingestellt, wogegen die Familie von Maria Baumer Anfang 2019 Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg einlegt. 11. Dezember 2019. Christian F. wird erneut festgenommen. Laut Staatsanwalt Thomas Rauscher konnte an den Haaren und einem Kleidungsstück der toten Spuren von Lorazepam gefunden werden. Aufgrund der bereits geschilderten wiederaufgenommenen Ermittlungen kam es dazu, dass sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft Regensburg ein dringender Tatverdacht ergeben hat und zwar gegen den damaligen Verlobten der Maria Baumer. Dieser dringende Tatverdacht hat dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft Regensburg einen Haftbefehlsantrag beim Amtsgericht Regensburg gestellt hat unter dem Vorwurf des Mordes. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg hat diesen Haftbefehl antragsgemäß erlassen. Der Beschuldigte ist dann auch festgenommen worden und nach Vorführung vor dem Ermittlungsrichter in die Justizvollzugsanstalt eingewiesen worden. April 2020. Anklage wegen Mordes wird gegen Christian F. erhoben. 1. Juli 2020. Geplanter Prozessbeginn am Landgericht Regensburg. Angesetzt sind 25 Verhandlungstage. Geplanter Prozessbeginn am Landgericht Regensburg. 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 Geplanter Prozessbeginn am Landgericht Regensburg.